Wer ist der Klügste im Flugzeug? Putin oder das Schulkind? Ein Schulkind, ein alter Mann, ein berühmter Rockstar und der mächtige Präsident Putin befinden sich alle zusammen in einem Flugzeug, das plötzlich in Turbulenzen gerät und unaufhaltsam in Richtung Boden stürzt. Panik bricht aus, als die Passagiere realisieren, dass es nur drei Fallschirme an Bord gibt. Der Rockstar, von Selbstbewusstsein geprägt, erklärt entschlossen, meine Fans, meine Musik und meine Familie brauchen mich. Ich muss überleben, um weiterhin für sie da zu sein. Ohne zu zögern, schnappt er sich einen Fallschirm und wirft sich mutig in die Tiefe. Präsident Putin, bekannt für seinen kalkulierten Verstand, analysiert schnell die Situation. Ich bin der klügste und geschickteste Präsident der Welt, verkündet er selbstbewusst und ergreift den nächsten Fallschirm, bevor er elegant aus dem Flugzeug springt. Der alte Mann, ruhig und besonnen, schaut das Schulkind traurig an und sagt, mein Leben neigt sich langsam dem Ende zu. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Nimm du bitte den letzten Fallschirm und rette dich. Doch das Schulkind lächelt und erwidert, aber Moment mal, es sind immer noch zwei Fallschirme übrig. Der kluge Präsident hat meinen Schulranzen genommen, nicht den Fallschirm. Die letzten Wätze bleiben unverändert. Oh, sagt der alte Mann und lächelt. Da hast du recht, mein Kind. Dann lass uns zusammenspringen und hoffen, dass wir sicher landen. Entrückt umarmen sich das Schulkind und der alte Mann, bevor sie gemeinsam in die Tiefen des Himmels fallen. Bereit für das Abenteuer, das sie erwartet.